so freunde also herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und zwar geht es heute um ab und zu dem red denn der junge mann hat ein neues musikvideo geplant der hatte das ganze in seiner story gehabt und hatte dann bild so ich weiß nicht da war das lied beim mastern oder so und er hatte auch noch andere videos wo sie das ganze gedreht haben ich meine da ist auch polizei gekommen ich weiß nicht was sie gemacht haben auf jeden fall hat er heute auch ein bild in instagram gepostet mit der unterschrift wer will ihn nächste woche hören darauf seht ihr im bild wo das lied auf spotify oder so ist aporat tschera und dann steht noch master dahinter ich weiß nicht ob das fertig gemastert ist und so weiter ich denke mal nächste woche hat es heute gepostet was heute ich denke mal der haut nächste woche freitag raus wie die meisten musiker um in den charts gut zu landen meiner meinung nach sollte das am besten an einem anderen tag gelesen wird er die trends auf jeden fall gut rasieren wie gesagt schauen wir mal wie der song wird billow fand ich echt gut ist ein echt guter song den konnte man pumpen die anderen natürlich nicht so der hammer aber schauen wir mal wie das lied wird ich meine jeder tut sich auch steigern und ja warten wir einfach mal ab in diesem sinne sollte es auch schon gewesen sein ich hoffe das video hat euch gefallen nur ein kurzes informatives video aber bleibt stabil und folgt mir auf instagram dann sehen wir uns im nächsten video peace wir kommen Vielen Dank.